Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Bäh! Hei Hitler! Hei Hitler! Du hast gewollt, du denkst, aber vollkommen, aber vollkommen. Dieses Haus war einst ein Haus für Flüchtlinge und wird wird jetzt kaputt gemacht. Heute machen wir Jutebeute und wir beide zeigen euch, wie ihr das Zuhause alleine nachmachen könnt. Und zwar mit Hilfe des berühmten Kartoffel-Ruchs. Ganz wichtig! Kartoffeln! Deutsch! Genau, wir haben schon das vorbereitet, hier zum Beispiel ein Herz oder hier ein P. Sieg Heil! Sind das die Bullen? Niese Negerin! Was? Ja, Mann! Ich hör euch da drin! 2009? Demo vom Flüchtlingsheim. Beide besoffen, nachts im Keller. Ach ja, Scheiße! Ja, allerdings. Du gratz echt schlecht. Warte mal. Das ist deine Tochter. Lara? Das ist der Wichser, der sich nicht mehr gemeldet hat nach dem echt schlechten Sex. Hallo, was ist denn das jetzt? Ich hab mich sechs Jahre lang um sie gekümmert. Jetzt bist du dran. Wie, was? Ich bin dran! Ab nächste Woche fängt die Schule wieder an. Du machst dir was zu essen und bringst sie ins Bett. Vorlesen. Lesen kannst du doch, oder? Und Sachen zum Wechseln. Oh, Mama! Lara! Ab heute nörst du den Papa, okay? So, jetzt kann ich. Hey, 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 hey! Was ist mit dir? Ich werde abgeschoben. Außer nach raus. Kennst du doch, oder? So. Ja, ich bin auf dem Weg. Hab ich ja schon gesagt. Warum stößt du denn immer so? Thomas? Halt mal! Stopp! Was ist das? Ich hab keine Ahnung, Mann. Das ist angeblich meine Tochter. Wie heißt du? Ich heiß Lara. Ich bin sechs. Lara, ähm, du kannst hier nicht bleiben. Das geht nicht. Deine, deine Mama, die muss dich wieder mitnehmen. Mama fliegt nach Eritrea. Wer ist das? Das ist Adolf Hitler. Warum guckt er so traurig? Der Führer guckt nicht traurig, klar? Wohl. Der guckt nicht traurig, der guckt nachdenklich. Ich hab sehr viel nachgedacht früher. Worüber? Deutschland. Deutschland. Warum? Negerkind, frag nicht so viel Scheiße, Mann. Das nervt. Hm. Ihr seid Nazis, ne? Cool, dass ihr da seid. Ich hab letztens mal wieder rumgeschalten und das kommt ja nur Scheiße im Fernsehen, ja? Wie heißt das? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Kennt ihr? Jute Beutel, schlechte Beutel? Ja? Schlechte Beutel? Jute Beutel. Alles klar, hier unten gibt's das nächste Video. Also lasst mir einen Daumen da oder einen dicken fetten Mittelfinger und ein Abo. Keine. Jahrhundert.